So, dann herzlich willkommen zum nächsten Let's Play von mir, jetzt hier, heute mal mit dem Call of Duty, ne, äh, wird quasi ein Teil Infinity Ward, musste ich erstmal nachschauen, weil ich die schon so lange nicht mehr gespielt hab, dachte kram ich mal aus der Ecke raus, mal sehen was da so abgeht, wenn ihr Lust habt mal mit mir zusammen zu spielen, könnt ihr gerne tun, sagt ihr mir einfach Bescheid und schauen jetzt ab, ja, dann gehen wir mal rein, gucken mal, äh, was da los ist, wie viele da noch unterwegs sind und dann schauen wir mal. Und irgendwie komischerweise ist das Spiel kack ständig ab, komisch irgendwie heute, das liegt nicht an meinem Internet, weil ich hab ne 100 Mbit Leitung, also, komisch, komisch, dass das jetzt, äh, sich hier ständig wieder aufhängt, aber probieren wir einfach mal, schauen wir mal, was da kommt, nehmen wir mal Team Deathmatch, klicken wir mal, er sucht, er sucht, Quartiermeister neu, aha. Komm doch rein, damit du mir rausrückst. Hier, ein Zehner. Sollte reichen, oder? Oh, hier, Party. Rastet völlig aus. Boah, den sein Nachbar möchte ich aber nicht sein. Alter, der geht mir richtig auf den Sack, ne? Und die sind alle so hoch vom Rang, na, na, toll, mal gucken, dass ich hier was reißen kann. Äh, nehmen wir ihn hier. Oh, guck mal, hast du seine Wombi gesehen, Alter? Team Deathmatch. Schauen wir mal, wie weit wir kommen hier. Mal, los, auf geht's. Ach, ich wollte gerade rutschen, hab da mitbekommen. Ach, geht's, ja? Oh, wir wollen jetzt. Wir wollen jetzt gerade hier weggehauen. Ah. Alter, die hängen ja schon ab wie ein Katze Schmidt, ne? Alter Schwäne. Muss man sich erst mal wieder dran gewöhnen. Oh, da wurde jeder niederholzt. Oh. Läuft denn ja nie so schlecht, aber man soll ja nicht den Abend vom Tag loomen. Ich sehe es, in der Buchhandlung. Deutsch, Mann. So ein Schnauze. Oh, was ist hier? Oh. Oh, ne Drohne. Oh, ne Drohne. Trianguliere. Ich ziehe da ein bisschen Geh an. Überall, man weiß gar nicht, wo man hinkriegen soll. Ich ziehe jetzt. Wir liegen in Führung. Wir liegen in Führung. Granaten habe ich gehabt, genau, Leute. Was ist denn hier los? Warum sind hier keine Granaten drin? Ah, ich wollte noch wegrutschen. Wir haben die Führung verloren. Doof ist nur, dass man hier... Oh. Den habe ich total übersehen. Habe ich mich gerade erschrocken, ne? Feindliche Drohne in eurer Nähe. Der Feind hat eine Katerdrohne gestartet. Oh. Die hat mir aber gerade den Arsch gerettet. Alle Gwene gucken mal nach oben. Und unten ist er drin. Oh, der hat es gleich wieder zurück. Seit früher hätte ich es gar nicht gespielt, weil mir das nicht gefallen hat. Da habe ich hier nicht mal das erste Prestige geschafft. Ah, Schnauze. Ich komme nicht mal in Ruhe. Feuer frei. Beide im Speisebereit. Boah. Der war cool. Der Feind hat eine Konzertrohne gestartet. Links, rechts, geradeaus. Feindlicher Warden nähert sich. Deckel. Was nähert sich? Oh, der sitzt doch da hinten. In der Ecke und schimmelt. Ey! Alter, was ist denn? Oh, der Feind hat eine Konzertrohne gestartet. Feindliche Drohne in eurer Nähe. Mann, kommt der von draußen angeschissen? Ist der bescheuert? Feindliche Drohne. Ich sehe es. Der Buchanlauf. Verbündete Volcher im Kastgebiet. Wir verlieren Druck. Verbündetes Drohnenpaket dringt in den Luftraum ein. Ah, da sitzt er, weil sie da mal in die Räume schimmeln. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Bein neutralisiert. Werfe der Nase. Höh, scheiße. Naja, für die erste Runde. Mission gescheitert. Das wird nicht noch einmal passieren. Gute Leistungen führen zu klaren Ziegen. Heute Morgen sind neue Befehle eingetroffen. Jut. Jut. Nö, brauchen wir eigentlich gar nicht auf Prüchtechen. Aber wir haben oft die gleiche. Naja, da müssen wir mal ein bisschen die Klassen einstellen. Jut. Dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ja, wenn ihr mal mitzocken wollt, einfach Bescheid sagen. Bis dann. Euer Nico spielt. Bis dann. Tschüss.